Seit 1, 2, 3, 4 Wochen beschäftigt uns mittlerweile die Goldfarm und das finde ich ist schon viel zu viel Zeit dafür. Und heute soll das Ganze endlich mal zu einem Ende kommen. Nur warum ich dann so lange Zeit in der Oberwelt verbringe und das seit Monaten, das ist eine berechtigte Frage. Folgt mir doch gerne auf Social Media, ebenfalls bin ich auf Twitch jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag ab 20 Uhr live. Und dann würde ich sagen, viel Spaß in dem Video. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Oh, 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 oh. Schade, dass das mit dem Garst nichts wird, aber ne. Also das tue ich mir wirklich nicht nochmal an. Der hat ja so viel weggehauen, der hat so viel weggehauen, guckt euch das mal an, Digga. Schade, schade, dass wir nicht mehr geschafft haben, aber wir holen definitiv irgendwann ein Projekt, holen wir definitiv auch irgendwann mal einen Garst. Vielleicht nicht hierher, aber irgendwo anders dann auf jeden Fall. Big Sad, Alter, Big Sad, Pepe Sad. Lassen wir alle einen Pepe Sad da, Jungs, für den gefallenen Garst. Willkommen zurück aus der Timelapse. Es sind jetzt alle Blöcke Spawnproof. Das ist sehr geil, das haben wir zum Glück erledigt bekommen. Ich muss sagen, mir gefällt der Teppich nicht annähernd so gut, nicht annähernd so gut, wie der Beton, den wir davor hatten. Also for real, der Teppich ist so ein bisschen, naja. Und hier ist auch irgendwie nur ein Beacon am Schein, keine Ahnung, wo der Rest ist. Der ist einfach weg wieder, dieser Beacon Buck geht mir irgendwie übel auf den Senkel, aber naja. Auf jeden Fall steht jetzt soweit alles. Hier dürft ihr jetzt nirgends wo mehr irgendeine Art und Weise von Entity spawnen. Ihr habt es auch gesehen, wir haben nochmal versucht, einen Garst, bevor wir die Teppiche legen wollten, dort einzusperren. Der ist dann selbst gestorben wie ein Vollidiot. Also for real, dieser Garst war ja wirklich die reinste Katastrophe. Aber nicht zu ändern, wir sind jetzt überall Halfslaps drauf. Nächste Mission, nächster Plan, den ich jetzt verfolge, ist der Eingangsbereich, den ich vorab zu bauen. Also erstmal suche ich mir eine Mitte, das muss ein relativ mittiger Raum werden, dass von hier aus die Blöcke so und so weit nach da gehen und so und so weit nach da und nach da. Und dann wird der Raum im Prinzip ja ein bisschen kreisförmig nahezu gebaut. Also ich habe eigentlich vor, dass beispielsweise das Tor dann hier so ist und dann geht es hier wieder zurück und dann ist hier das Nether-Portal, okay? Und dann ist hier wieder so eine Wand und dann ist hier das nächste Tor und dann hier wieder zurück. Dass es so ein, ja wie gesagt, kreisrunder Raum eigentlich wird. Was wir mit der Decke machen, weiß ich noch nicht. Und ich habe auch gar keine Ahnung, wie ich hier das Tor bauen soll, weil hier muss ja auch noch ein Tor hin. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was wir da wie am besten in irgendeiner Art und Weise bauen könnten, dass das relativ geil aussieht, aber ich werde definitiv eine Lösung finden. Ja, dann wird es hier im Prinzip einen Ausgang und Eingang geben und auf der Seite auch einen Ausgang und Eingang, dass du im Prinzip spawnst und direkt auf Teppich stehst und dann diese Sicht vor dir hast. Ne, die Schalker Wall müssen wir dann irgendwo anders entstellen wieder mal. Ähm, ja, aber ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt darum, werde hier mal die Eingangshalle, den Eingangsraum designen und danach setzen wir uns mal an die Goldnuggets, die dort in das Nether-Portal müssen. Viel Spaß in der weiteren Timelapse. Es ist jetzt einiges passiert, also schon wieder einiges. Ich sage es eigentlich nach jeder Timelapse wieder. Wir haben jetzt den Eingangsbereich mit dem dicken Nether-Portal, was ich genau so vorhatte, im Prinzip fertig und ich muss sagen, Bruder, du kommst hier rein und du bist direkt geflasht. Warte, wir können mal ganz kurz rausgehen und dann wieder rein. Ähm, gehen wir mal wieder rein und jetzt müssten wir das sehen. Oh, asozial. Mashallah, stell dir mal vor, man läuft hier rein. Guckt so, Bruder, tschüss. Tschüss, ich finde das sieht so heftig nochmal durch das Glas und durch diesen Raum sieht das nochmal so unfassbar krank aus mit dieser Farm da oben. Also no joke, das macht nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung. Eine ganz, ganz andere. Also, aber um euch zu updaten, wir haben jetzt hier Teppich gesetzt, haben hier einen Raumdesign gewählt. Die drei Nether-Portale führen eigentlich alle in ein und dasselbe Nether-Portal in der Oberwelt. Aber die führen jetzt nicht an irgendwelche anderen Dinger, das ist einfach nur zum Design. Weil guck mal, wenn man von hier guckt, Digga, auch wenn man von hier guckt, das ist einfach Mashallah. Es sieht wirklich einfach so unfassbar gut aus. Ich bin so, so zufrieden wieder mit diesem Lagersystem und mit diesem Eingangsbereich hierzu. Das ist einfach sau, sau, sau geil geworden. Also, sau geil. Ich habe hier versucht, den grünen Vibe im Prinzip wieder mitzubringen. Generell im Prinzip das Design hiervon weiterzuführen in der Eingangshalle ist mir auch sehr gut gelungen, muss ich sagen. Also no joke, ich bin sau, sau zufrieden, wie gesagt. Und hier drüber also über die Wii U, Digga. Fuck my life, das sieht viel kranker aus, als es eigentlich ist. No joke, das ist so unfassbar heftig. So ein, so ein geiles Lagersystem geworden. Die ganzen Glöcke, die hier sind, sind jetzt auch übrigens Spawn-Proof. Also ich habe jetzt hier direkt die Half-Subs gesetzt, dass hier wirklich keine Mobs mehr irgendwie spawnen können. Wir haben auch zwischendrin einmal hier die Redstone-Leitung. Ähm, ja, ein bisschen verändert, umgeplaced, aber eigentlich müsste das Timing... Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wie bist du auf dem Slime-Block gespawnt, der sich aller zwölf Sekunden bewegt? Willst du mich verarschen? Ich habe die Farm jetzt mit dem Lagersystem vom Timing her etc. noch nicht getestet. Da ich muss ja dazu sagen, es ist noch nicht getestet, aber ich kann es auch noch nicht testen, weil es fehlt eine bestimmte Sache. Wie ihr wisst, droppen ja hier ganz coole Sachen runter, und zwar all der Stuff, der diese Goldfarm, was diese Goldfarm produziert, genau. Der droppt ja hier runter, das sind ja einmal Goldnuggets, Goldinguts, einmal dann Wodden Flash und Goldsorts. Und wir haben uns jetzt schon um das verrottete Fleisch gekümmert, auch um die Goldinguts. Die werden ja hier einsortiert in unserem geilen Lagersystem, was unfassbar krank geworden ist. Aber was jetzt noch fehlt, sind die Goldnuggets und wohin eigentlich mit den Schwertern. Die werden durchgereicht bis nach hier hinten. Hier hinten kommen sie dann raus und werden nochmal nach da gekickt. Und das hier ist der ganz, ganz entscheidende Punkt, der ultra, ultra wichtig für die nächsten Schritte ist. Ich habe am Anfang irgendwas gefaselt von, ja, wir bauen hier heftigen Ofen hin und das wird wieder alles genauso wie vorher. Das wird nicht so wie vorher. Wir werden das Ganze modernisieren. Ich will ja dazulernen und ich habe ja auch dazugelernt in den letzten anderthalb Jahren. Let's play. Ja, wir werden hier ein Netherportal erstellen, was in die Oberwelt führt. In der Oberwelt wird es dann einmal ein Lagersystem einfach mit Wasserquellen geben, was eben diese Goldnuggets rausfiltert. Und die Schwerter, die dann nicht rausgefiltert werden, werden in der Oberwelt direkt weitergereicht in einen Ofen. Der Ofen brennt das. Der Ofen wird dann übrigens auch betrieben mit Carpet-Dupern. Danke für die zahlreichen Kommentare, die mir das empfohlen haben. Sehr gute Tipps. Dickes Danke dafür. Und dann wird im Prinzip das gebrannte, ja, oder die gebrannten Schwerter werden ja dann zu Goldnuggets. Die Goldnuggets gehen dann über den Waterstrom wieder zurück ins Lagersystem und werden einsortiert. So, am Ende werde ich dann von unten im Prinzip nach oben gucken können. Hier sind dann die Kisten. Die kann ich dann abbauen. Dann fällt der ganze Stuff runter in Wassersysteme. Diese Wassersysteme leiten es zu mir auf einen speziellen Block. Ich stehe an der Werkbank und crafte diese Goldnuggets um zu Goldingets, zu Goldblöcken. So ist zumindest mein Plan, ob das jetzt alles so funktioniert, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich muss definitiv heftig, heftig darauf achten, ob denn das überhaupt geht mit dem Laden. Denn in der Oberwelt werden nur zwei Chunks in jede Richtung geladen, circa. Zwei Chunks. Und ich muss wirklich darauf achten, dass ich halt nicht diese zwei Chunks verlasse, dass auch wirklich alles geladen wird. Aber ich würde sagen, ihr seht jetzt erstmal eine Timelapse, wie ich hier das Zelda-Portal baue und nochmal die letzten Mechanics. Und danach sehen wir uns nach Ewigkeiten, nach wirklich, ich glaube seit vier Monaten, zum ersten Mal in der Oberwelt, wo ich mich einmal um das Lagersystem, um das Sortiersystem, um den Ofen kümmere. Und danach hoffe ich mal, dass das Projekt beendet ist. Denn das ist der letzte Schritt des Goldfarm-Projekts. Und danach müssten wir theoretisch mit, ja ne, unserer Trading-Hall, wofür das alles ja ist, anfangen können. Es gibt noch eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit zu tun, bevor das gesamte Projekt fertiggestellt ist. Auch wenn jetzt, ähm, ja, die Farm steht, auch wenn jetzt das Lagersystem steht, auch wenn das und das alles steht, ist halt das kleine Problem immer noch, dass hier auf diesen Teppichblöcken, so wie hier auf diesen, ja, auf diesen, äh, Tischen, nun mal diese Piglins spawnen. Ja, Digga, ich mein dich. Du, du spawnst da ganz oft, ja. Und das ist nicht gut, du darfst da nicht spawnen. Ja, rennen lieber. Renn lieber, bevor ich hinterherkomme, Bruder. Renn lieber schnell weg, ja, versteck dich. Wie ich das mache, ob, ob ich da jetzt, weiß ich nicht, Eisenfalltür noch aufsetze, oder ob wir das mit Teppichen machen, oder mit Knöpfen, oder was weiß ich, da muss ich nochmal gucken. Hier wird ebenfalls dann sausau viel Teppich raufkommen. Das wird ein bisschen wack aussehen, weil die einzige Vertieferung ist dann halt hier an dem Schild. Aber wir können leider diese eine Sache an dem Lagersystem nicht perfekt machen. Der Rest ist meiner Meinung nach perfekt, also for real. Aber ich würde sagen, ich, äh, kümmer mich kurz hier ums Swampoof machen, dass hier keine Piglins mehr spawnen. Und danach würde ich sagen, sollte das gesamte Projekt hier mit allem soweit beendet sein. Und wir können erstmal eine kleine Zusammenfassung machen. Aber das seht ihr gleich. Viel Spaß in der Time-Labs. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Eingangshalle, diese wunderschöne Eingangshalle fertig. Und nicht zu vergessen, das wahrscheinlich wesentlich, wesentlich größere, das wesentlich größere Projekt, wo es auch noch eine kleine Kleinigkeit dran zu machen gibt, was ich aber erst in Zukunft machen werde. Denn ich habe schon ein neues Projekt geplant, aber dazu gleich mehr. Ähm, ist das hier. Und zwar das Sortiersystem im Prinzip für, ja, die Gold Nuggets, die automatische Crafting Station für die Gold Nuggets. So wie eigentlich, ja, alles, alles Weitere. Da ist auch unten ein Ofen. Aber ich, ich erkläre euch das alles mal, weil ich bin der Meinung, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass... Okay, es donnert und wir sind auch für 256, das ist perfekt. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Timelapse überhaupt nicht erkennbar war, was jetzt hier wie gebaut worden ist und was nicht. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, durch das Portal auf der anderen Seite, wo wir gerade durchgelaufen sind, okay, fallen Items durch. Diese Items sind nur Gold Schwerter und Gold Nuggets, weil die Items nicht vom Sortiersystem auf der anderen Seite des Portals rausgefiltert werden können. Heißt, die fließen dann hier rein und irgendwie hier durch. Ähm, und hier werden dann in diesen Kisten, die ihr hier seht, die Gold Nuggets schon raus sortiert und auch ebenfalls in die Kisten einsortiert. Das ist wichtig, oder die Kisten an sich sind hier an dem Ort, weil nun mal hier eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine automatische Trading Station möglich ist. Und wie ihr seht, ist das ein Kreislauf, dass wenn die Kisten da voll sind, die hier als nächstes befüllt werden, die werden auch definitiv alle sehr schnell voll. Wir haben ausgerechnet, am Ende hat man, glaube ich, aus den Kisten, ja, anderthalb Doppelkisten oder so, glaube ich, anderthalb. Auf jeden Fall kann man über den Hebel hier oben, nicht Hebel, sondern über den Knopf hier oben, kann man dann da rauf drücken. Und wenn man da rauf drückt, habt ihr schon gehört, geht da unten aus den Dispensern oder aus den Dispensern aus, was auch immer das ist, geht das Wasser raus. Das ist knallhart wichtig für uns. Ich mache das jetzt erstmal wieder aus, einfach damit es eingesammelt wird, denn wenn wir jetzt hier runtergehen und der Donner fuckt mich echt ab, Alter, ich habe ja aber kein Bett, und uns einmal da reinlegen, zack, dann sind wir hier. Und hier seht ihr, wäre dann das Wasser in dem Prinzip. Auf jeden Fall könnte man dann hier hingehen, mit der Axt, und diese Kisten abbauen. Diese Kisten werden dann abgebaut, die Items droppen, werden nach hier vorne gespült, hier gehen sie dann in das Wasser, werden dann in dieses Loch gespült, und wenn man so schlau war und vorher die Kisten da abgebaut hat, gehen die Items am Ende hier runter, in die zweite Etage, und fallen dann gleich hier komplett durch, nach ganz unten, und zwar hier hin. Dann haben wir hier im Prinzip ja 80 Doppelkisten, Gold Nuggets auf zwei Blöcken, was so glaube ich nicht stattfinden kann, weil das viel zu hart längen würde für meinen PC. Aber man könnte sich dann rein theoretisch in diese 80 Doppelkisten stellen, und hier die ganze Zeit umcraften, Gold Blöcke, äh, Gold Nuggets zu Gold Blöcken. Dann wird es hier direkt in... Jo, Dicker, ähm, aber hier kann, hier können die, jetzt bin ich voll verwirrt, hier können jetzt, auf jeden Fall können die Gold Blöcke dann hier direkt in die Schalker Kisten gemacht werden, dann abgebaut werden, und dann kann man das Ganze direkt mitnehmen, und wieder nach ganz oben, zwischen zum Nether Portal, wo man dann wieder in den Nether kommt, um rauszukommen. Ich wäre ja nicht Relation, würde ich nicht immer irgendwelche Besonderheiten mitbauen, oder irgendwas, was ein bisschen übertrieben ist, oder whatever. Wir haben hier noch einen voll, einen voll automatischen Ofen, direkt durchbrät, zu Gold Nuggets macht, und die Gold Nuggets werden dann direkt, via einem Fahrstuhl nach hier oben geschossen, und wieder in das Kreislaufsystem des Lagers reingespült, so dass sie wieder einsortiert werden können. Das ist das Geile daran, Dicker, weil wir haben keinen Stuff, den die Gold Farm produziert, der im Prinzip verbrannt wird. Alles wird wiederverwertet, wirklich alles. Jedoch gibt es ein kleines Problem, und davon weiß nicht mal der Stream. Denn ich habe Offscreen mit den Villagern getradet, und das nicht ohne, weswegen es hier jetzt auch so hart anfängt zu ruggeln, weil wir das hier runterstellen müssen. Auf jeden Fall habe ich mit den Villagern getradet, und das nicht ohne, und das dicke, dicke Problem ist, dass ich die Villager Trading Hall, die übrigens direkt da drunter ist, also hier ist die Villager Trading Hall, mit über 500, äh, mit über 304 Villagern drinne, die verläuft hier an den Beacons im Prinzip nach da lang. Das dicke Problem ist, ich habe die so konzipiert, dass diese, ähm, vier, ja, Breeder hier geladen werden, währenddessen ich am Ende der Villager Trading Hall stehe. Da, wo das Feuer da oben ist, das sind andere Chunks, als da, wo die Teppich drüber sind. Und die Chunks, wo das Feuer ist, werden nicht geladen, aber die Chunks, wo der Teppich drüber ist, die werden geladen. Wohl oder übel, wenn ich in der Villager Trading Hall stehe und dort mein Stuffer trade, blablibub, wird, ja, unendlich Teppich produziert und das Feuer, was den Teppich verbrennen sollte, wird halt nicht geladen und deswegen kann der Teppich nicht verbrennen. Deswegen kommt es zu richtigen Lags und ich stand hier letztens und wusste nicht, wie ich aus, ähm, ja, einem Standbild rauskomme, weil immer wieder, wenn ich auf die Welt gegangen bin, habe ich ein dickes Standbild bekommen. Und was ist denn das? Digga, es ist scheiß Wetter, ich werde von Mobs attackiert und das am Ende eines dicken Projekts. Lasst mich doch bitte in Ruhe. Ihr habt es gerade wahrscheinlich schon gehört, das Goldfarmprojekt. In der Devise ist jetzt nach drei oder vier Folgen, glaube ich, abgeschlossen, soweit erstmal, was unfassbar krank ist. Ich habe noch nicht den Praxistest gemacht, ich habe noch nicht getestet, ob die Farm funktioniert, wenn ich jetzt hier zehn, zwanzig, dreißig Stunden stehen würde. Aber was ich auch mit euch einmal testen kann, ist, ob die Farm überhaupt an sich funktioniert, wie viel Level und Drops wir in Wirklichkeit daraus bekommen und ob das Lagersystem mit dem da durchschießen da unten auch überhaupt funktioniert, wer weiß das schon. Ich habe es ja wahrscheinlich vorher gar nicht im Stream getestet oder so. Nein, nein, das ist noch nie passiert. Denn ich werde hier jetzt einmal den Hebel umlegen, dann schießen wir hier einmal mit unserem Pfeil und Bogen, aufpassen, dass wir nicht die da hinten treffen, sondern irgendeinen von denen. Zack, einmal einen ab. Und jetzt können wir hier mal, keine Ahnung, lasst uns für zwei Minuten stehen, merkt euch mal meine Levelzahlen. Und ich bleibe jetzt hier mal für exakt zwei Minuten stehen, ab jetzt. Und dann gucken wir mal, was in der Zeit an Stuff zusammenkommt, was in der Zeit passiert. 6, 5, 4, 2, 1. Und auch wenn es vielleicht leveltechnisch jetzt nicht nach so viel aussieht, ich war Level 169 und bin innerhalb von zwei Minuten auf Level 172. XP in Minecraft sind exponentiell, bedeutet mit jedem Level brauchst du mehr XP, um das nächste Level zu erreichen. Und mashallah, ich würde sagen dafür, dass wir so ein hohes Level haben, ist das schon sehr OP. Ich hatte mich da auch mal hingestellt und ich glaube, du bist innerhalb von anderthalb Minuten Level 30, wenn nicht sogar früher. So und stufftechnisch, ich muss dazu wie gesagt sagen, ich stand schon mal zwei Minuten auf dem Stream, wir haben das schon mal getestet. Aber stufftechnisch, wenn wir hier mal reingucken, das ist nur das, was bis jetzt die, lass es fünf Minuten insgesamt gewesen sein, was die Farm produziert hat in fünf Minuten. Einfach, einfach, es, ja, es sind 17 Stacks, what a flash, 17 Stacks. Nicht zu vergessen, hat die Farm innerhalb von fünf Minuten ebenfalls, das sieht man hier noch nicht, aber wenn wir hier einmal außen an den Trichter gehen, hat die Farm ebenfalls, ja, 33 Gold bekommen, beziehungsweise 32 dann, 32 Gold gemacht, innerhalb von fünf Minuten. Gold Nuggets und Gold Schwerter sind tatsächlich der Hauptanteil, was das Gold hier droppt oder was das Gold bringt. Und wenn wir jetzt hier mal in die unterste, wir müssen zu der untersten Schalker Kiste, äh, die zu der untersten Kiste an sich einmal gehen und wenn wir hier jetzt einmal reingucken, ja, Bruder, hier ist dann jeweils nochmal, das müsste ein Stack, ein Stack Gold sein jetzt, was zusammengekommen ist, nochmal ein Stack. Heißt, wir haben 100 Gold, was zusammengekommen ist, 100 Gold, Digga, und 17 Stacks, one flash, in fünf Minuten. Aber auf jeden Fall ist es auch an sich ein wunderschönes Lagersystem, egal ob von innen, okay, von außen sieht es jetzt nicht so nice aus, aber von innen, es ist einfach ein dickes, dickes Mashallah, wow einfach und die Momente, die hierbei wieder zusammengekommen sind, sind umso nicer. Nicht zu vergessen, die Resultate, was die Farm an sich bringen wird, ich werde euch da immer jetzt auf dem laufenden Stand halten, die Farm an sich auch einfach, es sieht einfach so krank aus, von jeglicher Perspektive, muss man einfach sagen, vor allem von innen, ist es einfach wirklich, also Bruder, wenn ich dieses Bild zeige und sage, wir haben das innerhalb von drei Folgen gebaut, holy fucking shit. Ich habe ein neues geheimes Projekt, das hat diesmal nichts mit dem MWP-List zu tun, aber ihr seht das erst nächste Woche, Sonntag um 16 Uhr, bis dann und ciao meine Freunde.